Hallo liebe Braufreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Brauvideo. Heute brauchen wir das erste Mal ein Bier, das ich selbst kreiert habe, das sogenannte Sven's Dunkel. So, ich habe hier jetzt schon 15 Liter Wasser drin. Ich bin hier schon in der Aufheizphase zu der ersten Rast bei 65 Grad, wenn wir dann unser Malz zugeben werden. So, wir kommen jetzt zur letzten Wassergabe, dass wir auf die 15,5 Liter Wasser kommen. Und das sind die 13 Blatt hoch. In den Filter rein. Abgefüllt. Wollte ich es mal zeigen hier noch. Hier ist unsere Hefe, die haben wir vor einigen Tagen zusammen angesetzt. Und das ist die Erdbeeren. Und das ist die Erdbeeren. Und das ist die Erdbeeren.